Wir zeigen hier bei uns im Lehmbruckmuseum eine der größten Ausstellungen, die Alicia Quade in den letzten Jahren realisiert hat. Insgesamt 48 Werke von ihr, von frühen Videos, Fotografien, Papierarbeiten, auch große Skulpturen und Installationen sind zu sehen und so können wir uns einen perfekten Überblick über ihr Werk machen, von den frühen Arbeiten bis in die heutige Zeit. In dieser Ausstellung geht es Alicia Quade darum, zu zeigen, wie begrenzt unser Wahrnehmungsvermögen ist, auch weil Konventionen, Regeln, Gewohnheiten uns hindern, die Welt komplett zu sehen. Unsere Wertvorstellungen, aber auch unsere Konventionen, wie wir auf die Welt schauen, geraten aus dem Lot. Die kulturelle Arbeit, das kulturelle Angebot und Leben einer Stadt sind entscheidend dafür, wie attraktiv es hier ist zu leben und genau das ist der Grund, warum wir uns hier für das Lehmbruckmuseum, für diese Ausstellung so begeistern und engagieren, um unseren Bürgerinnen und Bürgern hier einen Mehrwert, einen Zugang zur Kunst zu schaffen und Duisburg einzigartig zu machen. Alicia Quade ist eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Wir freuen uns sehr, die Ausstellung Alicia Quade im Limburg Museum Duisburg unterstützen zu können. Besonders beeindruckend, besonders imposant sind die Werke, die wir hier zum ersten Mal sehen. Dazu gehört ihr großer Turm, L'Ordre de Mont, bei uns auf dem Skulpturenhof. Und es gibt drei große Installationen, die sind zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Light Touch of Totality in der Glashalle, Between Glances und hinter mir Super Heavy Skies. Sie sehen an dieser Arbeit schon, dass Alicia Quade mit der Schwerkraft spielt. Und dadurch, dass sie so über unseren Köpfen montiert sind, wecken sie natürlich unsere Urängste, sich unter diesem Mobili zu bewegen. Ich freue mich sehr, hier im Lehmbruckmuseum nach all den geschätzten Kollegen ausstellen zu dürfen, auch in dieser besonderen Bildhabereitradition, die mit Lehmbruck hier eröffnet worden ist. Ich glaube, wir sind ziemlich genau 99 Jahre auseinander, der Lehmbruck und ich. In der Zeit ist viel passiert. Und ich freue mich, dass ich mit einer zeitgenössischen Position aus der Jetzt-Zeit hier auch einen Beitrag schaffen kann. Eine junge Künstlerin, die schon sehr, sehr bekannt ist, die wirklich uns neue Perspektiven geht, die Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen. Und ich bin sehr gespannt auch auf die Resonanz der Besucherinnen und Besucher, die heute hier zahlreich vertreten sind. Das hat mich und uns besonders gefreut, dass diese Ausstellung bei der Eröffnung schon so gut besucht wurde.